Ah? Was? Hallo? Ist alles okay hier unten? Hey, Draco, was geht? Johnny? Ja, ich bin... Ich bin Monster. Was geht hier vor? Der Monstifizierungsstrahl verwandelt Menschen in Monster und Monster in Menschen. Der Albtraum! Er ist vorbei! Ich bin wieder ein Mensch! Habt ihr meinen Paps gesehen? Oh nein! Draco? Nein, nein, nein! Das kann nicht sein! Du bist ein Mensch und ich bin ein Monster! Das ist wie Faschingsdienstag, nur an einem Freitag. Was ist hier los? Stumm? Mein Fels! Was zum? Was geht ab, Jungs? Oh, ich krieg ne Glatze? Nackt! Nackt! Nackt!